abermals willkommen an bord der razercrest immer noch stark ramponiert und außer äußerst schleichend bewegt sie sich aktuell durchs weltall an meiner seite wieder patrick hi ich mache jetzt aber nicht den wuki ich habe davon erstmal genug und wird dann klingen wie an die papelitzki wenn er sich durch den telehorst gehend ja dass das klang auch teilweise als ständest du kurz vor einer entzündung also du musst deinen hals muss dein hals schon das ist nicht gesund und paul hallo zurück ja keine wuki geräusche von dir vernünftig nein wir besprechen episode 4 der zweiten staffel the mandalorian oder auch kapitel 12 mit dem original titel the siege was eigentlich auf deutsch die belagerung heißt aber der deutsche titel war etwas anderes was stand da die vertreibung ja also die leute die die untertitel machen das sollten keine praktikanten tun finde ich die vertreibung also wenn man jetzt siege irgendwie googeln würde oder im dictionary nachschlägt dann findet man da vielleicht verschiedene begriffe aber ich glaube nicht die vertreibung wir machen nahtlos da weiter wo wir aufgehört haben die razercrest ist immer noch schwer angeschlagen und was macht man wenn man selbst den vormund spielt oder eben das sorgerecht hat für ein baby und gleichzeitig sich um sein fortbewegungsmittel kümmern muss man lässt das baby mechaniker arbeiten verrichten mando steckt baby yoda in einen kleinen schacht und bittet ihn da ein paar kabel umzustecken habt ihr in diesem moment wirklich geglaubt dass er da etwas repariert bekommt oder konntet ihr euch denken die szene dient nur zur comedy es war reine comedy und mal wieder ein bisschen baby yoda netter einstieg ja baby yoda wird fast gebraten von dem elektroschock aber der kai der klein aber sieht ganz glücklich danach aus eigentlich ja das das wirkte mehr so als ob er keine ahnung sich ein schuss energy gegeben hat es hat ihn irgendwie eher wach gemacht der beste vater der galaxis kommt ja jedenfalls beschließt mando dass das so nicht weitergeht man kann so wie in dem zustand in dem das schiff ist nicht den flug nach corvis antreten um asoka tano zu treffen und er sagt wir besuchen ein paar alte freunde auf navarro und ich konnte schon geistig hören wie millionen und aber millionen fans auf der ganzen welt aufstoßen und seufzen wie war eure reaktion darauf als euch klar wurde no ahsoka today das habe ich mir schon gedacht wenn carl weathers regie führt dass dann zwei andere charaktere in den fokus rücken und gerade ahsoka ist so legendär das lässt man dann jemanden inszenieren der mit ihr vielleicht ein bisschen erfahrung hat nächste woche ist david filoni am start dann vielleicht eher ja mal schauen also ich habe ja auch ich habe auch nicht dran geglaubt dass wir dass diese folge deswegen ich hatte mich ja schon auf eine durchfall geschichte oder so eingestellt aber ja war da ein bisschen mehr inhalt doch dann diese folge deswegen also ja ja paul du lagst gar nicht mal so verkehrt wir haben zwar kein durchfall dafür am ende aber andere körperflüssigkeiten du lagst gar nicht mal so verkehrt es kam halt aus einem loch aus ja aber dazu später mehr ja die razercrest tritt den flug nach navarro an und wie patrick schon erwähnte ich habe es am anfang nicht erwähnt diese episode wurde inszeniert von carl weathers grieve karga persönlich und wir haben uns gerade bevor wir diese aufnahme starteten ein bisschen schlau gemacht carl weathers hat schon häufiger inszeniert mehrere tv episoden verschiedener serien die aber alle nicht so das gelbe vom ei sind aber er hat erfahrungen in sachen regie führen und ich finde das hat man in dieser folge auch gesehen das äußerst ramponierte schiff landet jedenfalls auf navarro er wird von grieve karga und caradoon in empfang genommen und es hat sich eine ganze menge getan caradoon ist jetzt hier der marshal und räumt ordentlich auf sorgt für ordnung nimmt am anfang gleich ein pokerspiel dubioser herrschaften hoch und grieve karga hat die stadt doch in ein flukturierendes stück industrie land verwandelt es wird handel betrieben es gibt eine menge arbeit für jeden und es gibt sogar eine schule die von einem protokoll druiden geführt wird eine schulklasse wo baby yoda auch zunächst abgesetzt wird bevor sich mando caradoon und grieve karga um das geschäftliche kümmern können und dann kommt für mich ein absolut verschwenderischer gag denn bisher haben wir in dieser staffel noch nicht einmal gesehen wie baby yoda die macht genutzt hat und ich dachte dass das sparen wir uns für was wichtiges auf für einen großen kampf für einen dramatischen moment für für einen echten klimax nein baby yoda nutzt die macht um einem mitschüler eine packung oreo kekse zu klauen und es gab diese staffel so viele momente wo baby yoda vielleicht mal intuitiv sein macht hätte einsetzen können nein jetzt wo du es sagst aber immerhin wird diesmal von von mando nicht nicht mit dorthin genommen wo es wo es stress gibt das hat mir diese staffel auch schon ja vor allem er hat lässt es sich lässt es sich beraten und sagt das ist kein ort für ein kind und dann denke ich mir wo war schon überall egal er war letzte woche in dem magen von so einem vieh ja vielleicht wärst du da mal auf die idee gekommen ja und vor allen dingen vielleicht hätte baby yoda auch da auf die idee kommen können die macht zu benutzen oder bei den spinnen oder auch bei dem krate rachen oder 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 aber nein der kleine denkt wie immer nur mit dem magen das zieht sich auch so durch ja fressen und gefressen werden ja ja ist nachdem baby yoda jedenfalls erstmal in die schule geht beraten sich grief karga cara doon und mando darüber was sie jetzt tun werden und wir sehen einen alten bekannten den wirklich niemand gebraucht hätte wir sehen diesen fischherren aus der ersten szene der ersten folge der ersten staffel der in karbonit eingefroren und dann an grief karga ausgeliefert wurde er macht jetzt scheinbar buchhalter arbeiten mit einem funktionierenden auge wohlgemerkt ja ja er kriegt er ist bestimmt er kann nicht entlassen werden er hat halt so besonderen schutz vielleicht für behinderte nehme ich an deswegen ist er ewig jetzt er hat jetzt seine invalidenrente ja was hat er gesagt er muss irgendwie 300 jahre dienst verrichten die bürokratie hat in die galaxis geschafft yeah das war mal so romantisch terry gilliam wird seine große freude daran haben aller brasil aber gut es gibt jedenfalls die nachricht dass es auf navarro auch einen außenposten des imperiums gibt des gefallenen imperiums denn anhand dieses außenposten oder durch diesen außenposten konnte moff gedien so schnell truppen mobilisieren die wir ja am ende der ersten staffel gesehen haben und man möchte diesen außenposten für ein für allemal beseitigen damit der ganze planet so aussehen kann wie der rest und eben auch wirtschaftlich fluktuieren kann wachsen kann und so macht man sich mit einem speeder auf dem weg dorthin und da hat sich bei mir schon eine augenbraue hochgezogen denn anscheinend ist es überhaupt kein problem bei diesem außenposten direkt vor die haustür zu fahren und versuchen die aufzukriegen haben die da keine sensoren keine leute die wache halten das habe ich mir auch gedacht das imperium muss in diesen zeiten mit einem sehr schmalen budget auskommen schieben wir es mal darauf ja dass das imperium hat auch corona die sind ziemlich knapp wahlkasse und das spart wie immer auch an der schießausbildung aber das hat mir letzte folge schon ach aber nur als nachtrag zu der schießausbildung der letzten folge wir wissen ja dass der mann der loriana boba fett ja im prinzip auch ein klonkrieger ist wieso schafft er es zu treffen und die anderen klonkrieger sind solche lappen hat vielleicht boba fett irgendwelche zielsucher raketen ja da kommen wir ja eigentlich schon langsam ins sequel trilogie territorium denn es ist ja so dass wir ja wissen wie wir durch finn wissen die neuen stormtrooper sind halt entführte kinder die darauf abgerichtet wurden das zu tun und sie sind kinder die genauso dumm sind wie die alten stormtrooper das macht es viel besser ja und die sind halt nicht mehr die klone von jango fett die sind halt wahrscheinlich im laufe der jahre alle verstorben oder wurden im einsatz getötet und das imperium musste auf neue leute zurückgreifen und das kann wahrscheinlich schon während der original trilogie passiert sein ich meine zwischen den prequels und der original trilogie liegen 20 jahre da kann schon so einiges mit der klonarmee passiert sein und dann in der sequel trilogie ja sowieso dazwischen liegen ja noch mal ordentlich 30 jahre ja die drei dringen jedenfalls in diesen außenposten ein denn unter dem außenposten gibt es ein lava fluss und man möchte halt den reaktor überhitzen so sehr dass die station zusammenbricht es gibt ein gefecht und man gelangt in einen raum wo wir endlich mehr informationen darüber bekommen was denn eigentlich genau diese imperiale splitter gruppe am anfang mit baby yo davor hat und ich an diesem punkt dachte ich mir jetzt wird es aber spannend weil jetzt gehen wir garantiert in sequel trilogie territorium wir sehen nämlich eine nachricht des doktors der an baby yoda arbeitete und er sagt er wollte ihm das blut abnehmen und in bestimmte probanten spritzen und wahrscheinlich etwas damit kreieren was aber nicht ganz geklappt hat da man zu wenig blut hatte und die drei sehen dann auch verschiedene kreaturen in solchen behältern kurzum man wollte klone erschaffen und worauf will man wohl damit hinaus ich habe es schon in der ersten staffel irgendwann den verdacht gehabt dass es da dass es dazu auf hinauslaufen könnte denn die serie spielt zwischen episode 6 und 7 das heißt irgendwann muss es ja dorthin gelangen wo die sequel trilogie beginnt und wenn der imperator einen klon hatte oder eben snoke künstlich erschaffen hat dann frage ich mich wie hat er snoke erschaffen und dafür braucht man ja dann wohl eben die dna eines anderen macht sensitiven wesens also es läuft wohl alles darauf hinaus dass das blut von baby yoda dafür da war um eben first leader snoke zu kreieren okay dann brauchen sie aber definitiv ein bisschen mehr fressen also sie brauchen größere fragt damit fressen weil wenn baby yoda nichts zu essen hat funktioniert ja eh nicht wie wir merken ja als vor allen dingen das hologramm des doktors sagte wir konnten leider dem kind nicht so viel blut abnehmen sonst wäre es gestorben ich muss das noch einmal tun das war für mich schon so eine art foreshadowing also es würde mich nicht wundern wenn im laufe der staffel baby yoda tatsächlich moff gedien noch mal in die hände fällt und sie zapfen ihm wieder blut ab nur damit er dann wieder gerettet werden muss und dann wird wahrscheinlich so kaktanu auf einmal ihren heroischen moment kriegen und ihn befreien wir wollen wir noch nicht so wir wollen wir noch nicht so hoch ansetzen nein aber es ist mir dadurch eine andere idee gekommen was ist wenn es nicht baby yodas blut ist sondern asokas blut man braucht dir nur das blut einer machtsensitiven person oh dann killen sie sie einfach auf und dann das werden sie nicht machen nein das werden sie nicht machen aber ich der beliebteste charakter im star wars univers ja aber das das ist ja auch so eine frage also von von was geht man denn aus ich habe jetzt star wars jetzt mal kurz zur einordnung für mich star wars sind für mich im großen teil die filme und die filme die liebe ich auch zum großen teil von clone wars habe ich halt den anfang der siebten staffel gesehen und diesen ersten diesen ersten film also quasi die ersten folgen und da spielt ja asoka tano auch schon mit und da ist sie halt das hatten wir jetzt auch schon mal intern beim t-stammtisch geklärt sie also mir ist sie richtig auf die nerven gegangen und deswegen sehe ich das natürlich nicht so wie es jetzt viele fans oder wie ihr auch das seht deswegen ich bin jetzt erst mal weil ich habe mir sagen lassen sie wenn du es jetzt auch sagst sie zählt zu einem der beliebtesten charakter oder so dann wird sie das nicht ohne grund sein aber ich bin da noch so ein bisschen mal ich sage nur das ist so einer der wenigen charaktere im star wars universum neben enneken die auch sowas wie eine entwicklung durch machen viele andere viele andere bleiben halt bei ihren klischee charakter und entwickeln sich gerade mal so minimal weiter dass man sagen kann okay die sind ein bisschen gealtert um es jetzt einfach mal sehr zynisch zu sagen und ich denke auch also zumindest habe ich auch lust mal mit die clone wars dinger nachzuholen aber wie gesagt mit dem verbindung mit diesem charakter verbinde ich halt jetzt noch nicht so viel mein erster eindruck wird jetzt vielleicht durch die mandalorian werden aber um noch mal auf die szene zurückzukommen wollte ich nur noch hinzufügen ich mir ging es da wie christopher ich fanden also zum ersten mal habe ich so oh jetzt bin ich aber doch neugierig oder oh jetzt habe ich aber doch jetzt mal interesse wie wie es jetzt hier weitergeht ja vor allem das ist jetzt auch die zweite woche hintereinander wo sich mando mal nicht mit einem flammenwerfer verteidigt den er sonst wie kai aus der kiste immer rauszieht und sich damit den arsch rettet stimmt seit zwei folgen benutzt er den nicht dauernd ja da kann man ja diverse ideen einstreuen warum war nicht geladen hatte kein gas baby joda hat es ein bisschen gefuttert hat es inhaliert richtig könnte ihm auch gut tun wenn ihm schon stromschläge gefallen dann wird er bestimmt auch gerne gas inhalieren oder so ich habe es doch gesagt baby joda ist diese staffel mehr babys sinclair als baby joda ja er muss nur noch jemandem irgendwas überbraten aber auf sein dafür hat er ja den helm auf seine ersten worte müssen wir noch warten nicht der mando das wäre wundervoll nur das würde das ist eine anspielung die verstehen echt nur 90er kids das kannst du den jüngeren nicht zutrauen irgendwie plus traut sich auch noch nicht den jüngeren zuschauern zuzutrauen weil die serie auch tatsächlich ein bisschen fieseren humor hat ja absolut also von von allem star wars content den es so gibt ist das hier eigentlich alles andere als kindertauglich was ich auch gut finde ja ich finde es gar nicht also ich finde es nicht okay vielleicht von dem humor ist was wir auch schon mit baby joda aber ich finde es dann schon stellenweise auch wie ja wie konflikte oder so aufgelöst haben oder ja also da finde ich dass das dann schon eher auch natürlich für eine junge zielgruppe gemacht ist alles nur allem ja sicher das ist ja immer das schöne bei star wars das ist der grund warum dieses franchise mittlerweile seit über 40 jahren besteht es funktioniert einfach für jeden von 7 bis 77 das war immer so die formel so die das ganze am leben erhalten hat für jeden ist was dabei gut die mission gelingt der reaktor überhitzt der stützpunkt bricht auseinander und jetzt muss die flucht angetreten werden denn mehr und mehr stormtrooper plötzlich sind ja plötzlich sind ganz viele stormtrooper da genau die waren vorher in der kantine wahrscheinlich oder waren in den kantine bar die ist ja auch gefühlt ihren planeten was wäre das star wars universum ohne bars so alle alien wir hatten jetzt fast in jeder episode hatten wir jetzt so eine bar also in jeder episode jetzt der zweiten staffel also ja die aliens da sind eben trinkfest und gesellig was kann man ihnen auch was kann man auch sonst anderes machen in dieser galaxis ehrlich das ist alles voller sand das deprimiert doch ja auf die dieses diese folge war ja viel stein aber das ja das erinnert mich daran als die karger am ende der letzten folge der ersten staffel sagte sie dich um navarros ein wundervoller planet voller möglichkeiten ach ja ich finde das ist einer der hässlichsten planeten die ich je gesehen habe okay die flucht die flucht die flucht beginnt und grief und kara und der fischbuchhalter nehmen jedenfalls diesen transporter und flüchten und sie sagen mando du bist mit dem jetpack schneller und er verschwindet halt mit dem jetpack voraus und dann finde ich rockt die folge wie rinderhirn wirklich ich hatte danach im letzten drittel hatte ich so einen spaß das hat für mich dann wirklich die folge dann noch mehr nach oben gepusht weil das ist das sind die art von action sequenzen die ich eben bei star wars am liebsten sehe die mir das meiste star wars feeling geben und die hier auch dementsprechend umgesetzt wurden wir haben eine tolle speeder bike verfolgungsjagd und wir haben eine luftschlacht mehr star wars geht nicht und vor allem von karl weathers inszeniert der ist 72 und dass der action so gut inszenieren kann ich habe mich schon gefragt wie so einem john favreau den ich ab und zu mal zur seite und sagt hier hier steht eine action sequenz an kannst du die vielleicht mal inszenieren das war so schön rund da kam wieder das klassische altes da aus viel länge ja auch da vergisst man auch dass die stormtrooper strunzdumm sind und da stellen sie auch mal ab und zu was wie eine bedrohung da ja das lief echt gut ich habe mich einfach wieder wieder dieses gefühl von excitement wenn man halt wirklich eben das kind wieder in sich entdeckt das hatte ich hier in den letzten zehn minuten du hast die speeder bikes die sich teilweise sogar selber ausschalten bevor sie überhaupt den transporter erreichen das war ein bisschen aber dann kommen sie dahin und du hast speeder bikes an der seite du hast einen stormtrooper auf dem dach und sie werden ihn los und dann kommen auch noch tie fighter dazu und dann haben wir einen sehr lustigen deus ex machina moment die reparatur der razer crest scheint nicht allzu lange zu dauern also das müssen ja wirklich die fittesten mechaniker der ganzen galaxis gewesen gewesen sein was hat der kalamars letztes mal gemacht wahrscheinlich eine schnalle ja das ist eine schnalle der baby joda hat mitgeholfen oh ja ich ist aus der schule ausgebüxt und hat fleißig mit gewerkelt genau und hat diesmal ja nachdem man die space oreo kekse gefuttert hat der hatte ja noch welche wieder gut ich war ja dann schon überrascht dass er damit drin saß genau ja ja das ging relativ schnell überleg mal während dieser verfolgungsjagd gelingt es mando mit dem jetpack zurück zu dem dorf zu fliegen holt baby joda aus der schule steigt in die razer crest und ist rechtzeitig zurück um sich in den kampf zu schwingen das ging ich fand das eigentlich saulustig vor allem dass mando diese folge nachdem er da an der reparatur beschäftigt ist erstmal so gut wie gar nicht zu sehen war der hat keine so große rolle gespielt außer dem deus ex machina moment ja aber es hat mir auch gefallen dass weil wir haben grief und cara eigentlich ja seit dem ende der ersten staffel nicht mehr gesehen jetzt zum ersten mal deswegen haben sie auch ordentlich screentime verdient ja wobei ich mich frage wie das nach ihrem skandal weitergeht und ob sie die vielleicht nicht irgendwie dann rausschreiben ja das ist dann ein anderes thema aber ja wir müssen sehen ob wir gina carano in der dritten staffel noch mal sehen ich weiß jetzt nicht wie disney das mit ihr handhaben wird aber gut lustig wäre es denn wenn sie diesen tierischen zeitkick der sich angekündigt hat das space weasel dass sie da vom pokerspiel gerettet hat dass sie das übernehmen und sie dann ja auch sie ist das hellchen gestorben wahrscheinlich abfällig werden ja wir haben doch schon ein niedliches maskottchen mit baby yola ich hoffe nicht dass das space weasel jetzt tatsächlich ein ding wird und vor allen dingen auch nicht diesen namen tragen wird ja die tie fighter greifen an und mando legt eine arsch coole aktion hin die razercrest schießt in die luft bleibt in der luft kurz stehen und rast dann wieder runter auf den tie fighter das war wirklich der moment wo ich dachte fuck yeah das ist der grund warum ich mir das ansehe da hatte ich wirklich mord spaß dran der tie fighter wird jedenfalls besiegt baby yoda hat spaß wie auf der achterbahn und nur jetzt rächt sich das mit den vielen oreo keksen und er göbelt sich voll ja nur deswegen haben sie ihn doch da an bord geschrieben für diesen gag ganz genau ja jetzt wird mir das auch klar man hätte eigentlich die szene haben können und er hätte danach baby yoda aus der schule gut er hat aber baby yoda sofort aus der schule abgeholt als er ja dieses hologramm gesehen hat weil ihm ja klar war er ist nicht sicher ja aber ja in erster linie hat man in dieser szene für einen kotz witz warum auch nicht ich mag es immer wenn es momente gibt wo man halt zeigt er ist ein baby was ich aber allerdings niemals sehen will ist dass mando ihm irgendwann mal die windeln wechseln muss jedenfalls es ist erledigt wir haben ein x-wing piloten der protokoll aufnehmen will über die geschehnisse grief karger sagt ihm ich habe keine ahnung wovon du redest mein freund und wir sind ja auch nicht in coruscant also hier passiert sowieso allerhand shady stuff und der x-wing pilot geht raus und hat einen kurzen dialog über cara dune dass er sie eigentlich rekrutieren möchte für die neue republik und wir erfahren dann auch kara stammt von alderaan was natürlich ja sofort bedeutet die frau ist stark traumatisiert was dann auch grund genug ist für ihre motivation das imperium zu hassen da braucht man nichts nichts hinzuzufügen genau und nebenbei ist natürlich das base wiesel dass ihr nicht von der seite reicht also wenn dieses wiesel tatsächlich noch mal vorkommt jetzt so in der nächsten folge ist sie dabei und der sitzt auf ihrer schulter dann gott disney müsst ihr es denn immer übertreiben mit euren cute sidekicks mando und baby yoda heben wieder ab die razercrest ist fit jedoch am anfang an der der episode gab es ja einen der mechaniker zu sehen der einen sehr zwielichtigen blick drauf hatte und jetzt erfahren wir auch wieso denn dieser mann kontaktiert diese imperiale splitter gruppe und spricht mit einer offizierin und sagt er hat getan was ihm aufgetragen wurde diese offizierin spricht daraufhin auf gedeon und wir erfahren an der razercrest klebt jetzt leider ein transponder und sie sind ihnen auf den spuren und das letzte was wir sehen dass morf gedeon in einem raum mit vielen 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 rüstungsartigen behältern der wohl impliziert dass sie an weiteren klonen arbeiten ja und man sieht auch die behälter man sieht die behälter also es geht auf alle fälle in die richtung ich wüsste nicht wo diese plotline sonst hinführen sollte ich habe da auch schon mit dom oft drüber gesprochen man hat auf lange sicht wird es wohl auch so sein dass man die serie benutzt um plot löcher der filme auszufüllen nicht nur dass man wird diese serie auch benutzen um andere serien zu pushen man hat jetzt auch eine bo katana serie angekündigt wo ich mir denke macht doch zumindest erst mal diese eine serie ja ich denke halt das wird ein bisschen so ablaufen wie vor einigen jahren oder noch bis letztes jahr mit den marvel netflix serien du wirst verschiedene star wars serien haben auf disney plus und die überschneiden sich alle und die charaktere besuchen sich alle mal hier und da und dort und hier und du hast halt dann ein eigenes kleines serien universe dass das wird auf alle fälle kommen ja und damit endet es wir haben halbzeit die hälfte wäre geschafft weitere vier folgen liegen vor uns und wir kommen zur punkte vergabe ihr könnt geben 0 bis 5 space weasel ja ich lass dir heute mal den vorträgt patrick also ich war recht angetan von der action auch von dem wiedersehen mit den charakteren und das daraus feeling war endlich mal wieder vorhanden deswegen bin ich heute mal gnädig und sage ja dafür gucke ich die serie das ist für mich endlich mal so ein drei bis 3,5er kandidat ich ne es war nicht bärchen sondern space weasel sorry christopher ja 3,5 space weasel wären es war also ich habe mich hat die euphorie komischerweise nicht so erwischt ich fand das ich fand die action auch gut aber irgendwie ich bin halt so genervt was so und auch am ende als dann auf gedeon da halt stand und dann wurde groß rausgesucht und dann fliegt das schiff weg ja boah das sehe ich aber auch erst wieder in keine ahnung in drei folgen und also diese serie die ärgert mich halt so weil sie sie fühlt sich zu sehr auch hier finde ich nach stationsarbeit an also man löst sich irgendwie da nicht so richtig von und also für mich kommt sie so nicht aus diesem aus diesem mittelmäßig also optisch sagen wir jedes mal ob sich sah das wieder richtig gut aus und auch die action war hier gut ich bin ja wieder bei 2,5 oder 3 space weasel ja da schieße ich ordentlich nach oben ich gebe 4 space weasel ja weil also wenn ich was mich mächtig ärgern wird ist wenn ich jetzt von allen anderen leuten im internet die ganze zeit nur höre scheiß folge weil keine ahsoka ist das hier die ahsoka show oder was ihr kriegt noch eure ahsoka diese folge hat jetzt aber wichtige informationen gegeben über den eigentlichen hauptplot was will diese imperiale splitter gruppe mit baby yoda und dass das weiter vorangetrieben wurde das hat mir gefallen und wie gesagt der showdown war vielleicht sogar die beste action sequenz der ganzen serie bis jetzt ja dass das hat einfach finde ich ordentlich gerockt ich muss auch sagen ich kann mich an kaum welchen verändern aus staffel 1 ja staffel 1 war in erster linie geballer und gekloppe so da hatte man nicht die möglichkeiten bis auf die stelle wo man nur halt mit dem jetpack hochfliegt und auf gedeon abstürzen lässt aber ansonsten war das alles immer ziemlich gleich ja für mich sehr unterhaltsame folge und ich bin sehr gespannt darauf wie es weitergeht vor allen dingen diese plots werden sich ja überschneiden wenn man du jetzt asoka trifft da dauert es ja nicht lange bis auf gedeon eintrifft aufgrund des transponders also in der zweiten hälfte werden werden sich die plots glaubt deutlich überschneiden und wir werden nicht eine folge hier verbringen eine folge darf verbringen ich sage das nimmt jetzt ab ich hoffe und irgendwas war ja auch mal mit boba fett hat mir dann auch irgendwann mal was der staffel irgendwann war ich dachte ja den hat jeder schon vergessen so billig man da hätte man das doch an irgendwie da meinetwegen eine folge vorher das ist doch auch scheißegal am besten an welchem folgenende der da dort in die kamera guckt ja man muss unbedingt da noch mal so ein rückblick auf folge eins der staffel machen weil echt wenn er dann in erscheinung trifft haben die meisten ihn vielleicht schon wieder vergessen ganz ehrlich ich bin vielleicht noch ein bisschen geschädigt weil ich ja für angry film fans zusammen mit dem lass und den dom einen cast zum legendären star aus holiday spezial gemacht habe und auch da hatte boba fett mehr zu tun gehabt das hier hier konnte man bedeutungsschwanger an die kamera schauen in der nächsten folge schießt boba fett mit seinem jackpack auf ahsoka tano während sie sich gleichzeitig ein dark saber duel mit moff gideon liefern okay ja wir während sie den live day feiern richtig ja alles auf einmal in der nächsten folge oh ja wir sind jetzt mal so unfassbar optimistisch okay damit verabschieden wir uns das schiff ist jetzt wieder in einer guten verfassung und wir fliegen zur nächsten haltestelle bis dahin leute das ist der weg das ist der weg das ist der weg sehr geehrte damen und herren ladies and gentlemen wertes publikum vielen dank für ihre aufmerksamkeit und ihre zeit wenn ihnen gefallen hat was sie heute gehört haben empfehlen sie uns doch bitte weiter an ihre freunde bekannte und verwandte an jeden von denen sie glauben unserer podcast gehört genau um deren ohren wir freuen uns sehr auf ihr feedback das sie gerne lassen können auf den social media plattformen wie zum beispiel facebook twitter instagram oder auch bei uns im blog unter tele-stammtisch.de da gibt es kommentarfunktionen benutzen sie die bitte und bewerten uns auch noch wir sind ein podcast der von seinen bewertungen lebt gehen sie auf podcast auf podcast.de auf google podcast oder eine der vielen weiteren plattformen auf denen man podcast bewerten kann und bewerten sie uns das wäre total toll wir danken ihnen vielmals und wenn sie noch ein bisschen geld übrig haben dann nutzen sie doch die gelegenheit uns via paypal eine kleine spende zukommen zu lassen oder die amazon affiliate links zu nutzen die sie in den show notes finden vielen dank und bis zum nächsten mal ciao und bis zum nächsten mal